. . . . . . . Das Thema heute Morgen ist, Lebe in Deiner Bestimmung. Als ich nur im Simmental hinter habe gewohnt, gab es zu uns immer so ein Velomech und Töffelmech. Als er nicht da war, sah ich das Schild an, kam gleich an. Er rief manchmal ab aus der Wohnung an, wenn man klopfte, er sagte, komm gleich. Ich war dort und klopfte. Es klingt, komm gleich. Ich dachte, gut, gewartet, niemand kam. Er klopfte wieder und sagte, Sepp, komm gleich. Nach zehn Minuten wieder, komm gleich. Ich dachte, das ist komisch. Dann stand ich ein wenig weiter hinterher, schaute nach dem Fenster, es war offen oben. Dann rief ich wieder, Sepp, komm. In diesem Moment suchte er die Papagei hinter, genau wie Sepp Alba sagte, komm gleich. Er rief. Er dachte, die Papagei ist sicher nicht gemacht, um die Leute zu versäcklen. Aber manchmal plapperte man etwas, was nicht nötig ist. Und eigentlich haben wir von Gott eine Bestimmung, ein Original zu sein. Weil uns gibt es nur einmal in dieser Version. Und Gott wollte ursprünglich, dass es uns nur gut geht. Wie kannst du dir vorstellen, du stellst dich morgen auf und dein Schätzchen ist total gut drauf, den ganzen Tag immer nie krachen. Du bist am Arbeitsplatz, niemand ist böse. Und überall geht er immer gut, so richtig himmlisch. Und das wäre der Zustand gewesen, wo Gott den Menschen geschaffen hat. In Beziehung mit ihm zu leben und dass es ihm nur gut geht. Dann hat der Mensch gesagt, aber wisst ihr was? Tue nicht mit, noch beschäftigen mit dem Bösen. Tue nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bös essen. Weil wenn er das macht, hat er die ganzen bösen Sachen in der Suppe. Aber der Mensch hatte einen eigenen Willen. Und dann hat der Mensch sich entschlossen, selber zu wursteln. Die eigene Suppe zu machen ohne Gott. Und in diesem Moment kam das Böse ins Herz. Und dann kam das Auflädtige in uns, weil wir uns von Gott trennten. Und dann sage ich, ja, warum kam das denn überhaupt? Weil Gott wusste, es gibt Böse, aber der Mensch will dich nicht damit beschäftigen. Aber der Mensch hat sich gleich damit auseinandergesetzt. Und wir lesen im Römerbrief, im 3. Kapitel, Vers 23, Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit, wie die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Ursprünglich ist Liebe, Freude, Friede, Begeisterung, Leben, Herrlichkeit von Gott, die wir wieder spiegeln. Aber jetzt durch das, dass wir uns trennten von Gott, widerspiegeln wir auch das Böse. Jetzt würdest du sagen, aber ich bin doch einigermassen nur ein Gute. Also so wie es bei mir ist, ist es sicher nicht so schlecht. Wir haben ja manchmal Grosskindshüte. Und für mich sind es die Besten und die Liebsten und die Bräfsten. Aber einmal kam der Lias, der Vierjährige, und hat mir die Zeichnung gezeigt. Und dann sah ich, wow, so cool. Und die kleine Eleana kam gerade mit der Zeichnung, um die Zweijährige. Und sie sah, Grosspapi, meine Zeichnung auch gut. Und dann habe ich versucht zu sagen, ja, die ist auch gut und die ist auch gut. Und dann hat es plötzlich geheissen, meine ist aber besser und so weiter. Und zuletzt kam Grosspapi in Euphortel. Was machst du denn? Sie sind beide ganz gut. Sie sind beide ganz, ganz gut. Und dann sind sie ins Kinderzimmer hinten gegangen und plötzlich kamen sie in die Krach gegen ein Auto. Das will dich, das will dich, das will dich. Krieg! Im Kinderzimmer. Aber dann kann sich auch weiter ausweiten, dass der Krieg nicht nur im Kinderzimmer ist, sondern vielleicht durch die Küche zwischen Mann und Frau. Dann sagst du, meine Krieg. Oder in der Wohnung mit der ganzen Familie, oder mit den Nachbarn, oder am Arbeitsplatz. Oder meine Nachbarin kam, die kam aus dem Kosovo vom Krieg. Und das sind so liebe Leute. Aber sobald man mit denen über den Krieg gesprochen hat, dann hätte ich jeden selbst killen sollen. Oh! Puh! Hä? Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es das Böse in dieser Welt. Das ist nun mal so. Und Gott hat das beschäftigt. Wie kann ich das ausradieren? Wie kann ich das ausradieren? Und uns beschäftigen sie. Ja, Gott ist schuld. Er ist der Täter. Manchmal sind wir Täter und Opfer, ohne dass wir es wollen. Zum Beispiel hat mir jemand gesagt, Marco, ich habe mega Mühe mit dir. Dann habe ich gesagt, das kann ich ja verstehen. Manchmal habe ich mit mir auch etwas Mühe. Auf jeden Fall habe ich gefragt, was ist es denn? Und dann hat die Person gesagt, du lachst wie ein Geissbock. Und ich sagte, jetzt lachen ist schon 50 Jahre so. Manchmal verletzt du jemanden, ohne dass du es weißt. Es gibt Opfer und Täter. Und irgendwo hat sich die Menschheit gefragt, wie kann man dem ein Ende machen? Wie kann man endlich das Böse ganz ausradieren, dass nur noch das Gute da ist? Und die Menschheit hat gemerkt, irgendwo braucht es wie einen Sündenbock. Und im Alten Testament gab es einen Sündenbock, den hat man in die Wüste rausgeschickt. Möglichst weit und hätte ich nicht zurückkommen sollen. Ich bin schon wieder zurückgekommen. Auf jeden Fall, irgendwo hat man da keine Lösung gefunden. Dann ging man im Alten Testament und suchte Gott, ein Opfer zu bringen. Und man hat viel geopfert. Aber mit der Zeit hat die Menschen gemerkt, eigentlich reicht das nicht, dass wir Gott opfern, sondern eigentlich braucht es etwas von Gottes Seite. Sonst kommen wir nie mehr zu diesem Gott zurück. Es reicht gar nicht mehr. Schau, es hat schon Hiob gesagt, es braucht doch einer zwischen mir und Gott. Irgendetwas zwischendrin. Es braucht einen Gott. Etwas zwischendrin. Und der Erste, der das erkannt hat, ist der Abraham. Wir lesen im 1. Mose 22, Vers 7. Da sprach Isaac zu seinem Vater, Abraham, Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Wo ist das Opfer? Wo ist der, den wir die Schuld aufladen können? Wo ist der? Der Ruf vom ganzen Universum, von aller Menschheit. Wo ist der, der die Lösung bringt? Wo ist der? Abraham hat es auf den Punkt gebracht. Im Vers 18 sagt er, Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer erwählen oder für uns sorgen. Gott selber. Es hat von Gottes Seite etwas gebraucht, das er sein Leben für uns lässt. Und dann lesen wir die Geschichte, wo Abraham den Auftrag hat, seinen Sohn zu opfern, als gehorsam Gott gegenüber. Wir lesen dann im Vers 10. Abraham greift nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Manchmal haben wir wie das Messer über uns und denken, hey, meine Ehe, kommt das jemals gut? Mit meinen Kindern? Am Arbeitsplatz kommt das jemals gut? Wie das Messer über uns? Und wir fragen, wo ist das Opfer? Bin ich das nächste Opfer? Weisst du, das ist eine gute Nachricht. Du bist es nicht. Es ist ein anderer für dich, das Opfer geworden. Siehe, Abraham greift nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Und er heisst, Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu deinem Jungen nichts. Denn jetzt weiss ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und es gibt im Neuen Testament, im Römerbrief, 8. Kapitel Vers 32, genau gleich Bibelfers. Es heisst, Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle geopfert. Hier bei Abraham hat der Engel gesagt, Stopp! Aber als Jesus am Kreuz ist gestorben, hat niemand gerufen, Stopp! Sie sind nicht Engel kommen, Sie sind Stopp! Sondern Jesus ist wirklich für uns Menschen am Kreuz gestorben. Weiter leise wir, Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dicking verhangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Gott hat schon am Anfang vorgesorgt. Und der Menschen mit einem freien Willen hat er gemerkt, die machen irgendeine Mist. Und dann gibt es nichts anderes, als dass sie schon am Anfang schauen, wie lösen wir das im Himmel. Okay, der Sohn kommt auf die Welt und er stirbt für die ganze Menschheit, damit sie wieder zurückkommen in ihrer Bestimmung. Das ist der Plan. Und wir haben jetzt einen Ausschnitt gesehen, wo Abraham seinen Sohn Isaac geopfert hat. Wir sehen etwas von diesem Herz eines Vaters. Wie viel mehr war es für einen Vater im Himmel, eine Schmerz, seinen eigenen Sohn für uns zu opfern zu lassen. Und 2000 Jahre später sieht Johannes, der Täufer, Jesus kommen und er sagt in Johannes 1,29 Siehe, das Lamm Gottes, welcher seine Sünden der Welt hinweg trägt. Hier hat Gott den reinen Sohn hier auf die Welt geschickt, ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzeln und hat ihn zum Opfer gemacht für uns. Alle unsere Sünden wurden auf Jesus gelegt. Alle Fehler wurden auf ihn gelegt, damit die ganze Menschheit befreit werden kann. Und wir lesen dann im Hebräer, 12. Kapitel, Vers 24, Ihr seid zu Jesus selbst gekommen, als der Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Stellt euch das mal vor. Dann ist Gott selber herangestanden und sich opfern für alle unsere Fehler, damit wir zurückkommen in die Bestimmung von Gott. Damit wir frei werden von Sachen, die uns hindern. Jetzt spricht er hier vom Blut. Das Blut bedeutet eigentlich, es ist endgültig, ob du stirbst. Und das Blut ist wie, jetzt ist die Sünde auf Jesus gelegt und das Blut sagt, es ist wirklich vollbracht. Es ist geschehen. Das Blut sagt eigentlich, es ist die absolute Autorität und Vollmacht von Gott über alle Sünden, über alle Schwächen, über alles Böse auf dieser Welt. Nur durch das Blut von Jesus gibt es wirkliche Freiheit. Und ich möchte jetzt fünf verschiedene Aspekte erwähnen, was das Blut von Jesus bewirkt, um uns zu befreien, um uns zu reinigen. Weil ohne das würden wir nicht wirklich befreien. Ich habe es jetzt aber kaum einmal über das Blut von Jesus hier gepredigt, weil es schwierig ist zu verstehen. Aber ich möchte jetzt ein paar Sachen erwähnen, dass wir es verstehen. Und ich habe wirklich intensiv gebetet, dass es Verständnis gibt von dem, was Jesus gemacht hat. Zum Beispiel gibt es manchmal Situationen, wo wir wie versklavt sind. Verstehst du? Irgendwo noch gefangen. Es kann sein, in Minderwertigkeit, in Ablehnung, in Sorgen, in Ängste, oder im Vergleich. Du denkst, ich möchte auch so gut sein wie der andere. Vor gut 30 Jahren ging ich mit meiner Frau nach England für eine Sprachschule. Meine Frau konnte schon viel Englisch. Und ich hatte gerade ein Mikrokurs hinter mir. aber ich wollte gerne in die Klasse von meiner Frau. Und dann kam der Test und musste ich einen Eintrittstest machen. Und ich hatte natürlich nur einen Bahnhof. Ich dachte, keine Ahnung. Aber der neben mir hatte ich das Gefühl, der weiss etwas. Dann schrieb ich in der Reihe nach das ab, was er drauf hatte. Und dann kam ich in die gleiche Klasse wie meine Frau. Und ich sagte, wie hast du das gemacht? Abgeschrieben. Aber jetzt kommt ein Problem erst. Und so war es so. In der ersten Lektion hatte ich keine Ahnung, was sie da vorne erzählt. Dann habe ich meine Frau gefragt, was meint sie echt? Was meint sie echt? Dann habe ich meine Frau genervt, die Lehrerin genervt und mich selber genervt und dann hatte ich Stress mit mit Lehren und Üben und eine mühsame Geschichte in England, bis die drei Monate vorbei waren. Und manchmal tun wir uns selber versklaven in etwas. Oder plötzlich haben wir wie einen Wutausbruch, aber sonst sind wir ganz nett und lieb und anständig. Oder vielleicht sind wir neidisch auf etwas. Oder ich schaue etwas im Internet an, und merke, es war nicht gerade so luperreng. Versteht ihr, was ich meine? Wir alle haben Bereiche, die wir manchmal versklavt waren. Dann denkst du, für das bin ich heute Morgen nicht in den Gottesdienst gekommen, zu hören. Aber jetzt, das besserteste Grad. Das ist gerade schon Fall vorbei. Schau, in dem Bereich, in dem du schwach bist, hat Jesus am Kreuz gezahlt. Und nur ein Tropfen von Jesus, von seinem Blut für unser Leben, wenn wir sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde und reinige mich mit deinem Blut, dann ist es in einem Moment und wir sind erlöst. Erlöst von diesem Zeug, total befreit. Dann gibt es nur einen guten Bibelfers, der heisst, in Christus haben wir die Erlösung, durch sein Blut von all diesem Mist. Was für ein Geschenk. das ist nicht nur eine Idee. Jetzt bin ich bald 30 Jahre in diesem Job und ich habe so viele Menschen gesehen, die erlöst sind worden von all diesem Zeug. Sie kommen in einer Bestimmung und merken das Positive in meinem Leben zugenommen, Lebensqualitäten zugenommen, das Leben hat angefangen. Erlöst von diesem Mist. Das Nächste, was uns passieren kann, ist verunreinigt. Da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht und merken, es ist nicht gerade ganz sauber. Dann denken wir, wie kann man das wieder gut machen? Und schau, nur das Blut von Jesus reicht, um uns total zu reinigen. Von all dem, was uns irgendwo hindert. Und schau, da gibt es eine ganz gute Bibelstelle dazu. Kannst du es mal hören? Es ist gereinigt. Und wirklich gereinigt. Es heisst von Jesus, er tut uns heiligen und reinigen. Zuerst sind wir gereinigt durch Jesus und dann auch noch geheiligt. Das heisst, wir machen immer wieder Fehler. Morgen vielleicht auch schon wieder. Aber weisst du was? Jesus hilft uns auch rein zu leben und wir werden immer besser und gewisse Fehler machen wir weniger, nehmen wir gewisse Sachen hinter uns und das Leben macht mehr Spass, als im Sumpf rein zu sein. Das ist so befreiend, dass er uns reinigt von all dem ganzen Zeug. Und das Nächste ist verurteilt. Ich bin einmal mit einem Autor ein bisschen schnell gefahren, besser gesagt mit einem BMW. Und nachher ein Fehlbein überholt und das sollte man nicht machen mit einem BMW. Und dann ausgerechnet, als ich das Maximum Tempo hatte, hatte das Blitzen ins Donderen. Und das wäre ja noch gegangen. Nachdem bin ich verurteilt worden, für drei Monate zu Fuss zu gehen oder mit dem Velo. Und jetzt bin ich irgendwo am Strafregister. Ich wusste gar nicht, dass das ein Schwerverbrecher ist. Auf dem Fall ist das nicht so gut. Anyway, jetzt bin ich verurteilt. Jetzt könnte ich das noch weiterziehen, aber ich würde sowieso verurteilt sein. Und schau, bei Gott ist es so, wenn wir auch Sachen falsch gemacht hätten, dann gibt es wie ein himmlisches Strafregister. Aber nur ein Tropfen des Bluts von Jesus wischt das aus, dass im himmlischen Strafregister sauber ist, nichts mehr zu finden. Total gereinigt. Das heisst, es ist nichts mehr. Und vergeben. Uns ist total vergeben. Jetzt müssen wir natürlich uns selber auch noch vergeben. Ich hatte zuerst die Möglichkeit, an dem Pastor passiert das. Ja, jetzt muss ich mir auch vergeben. Schauen wir uns selber nicht vergeben. Stellen wir uns über Gott. Wir müssen uns selber auch vergeben, weil er hat uns vergeben. Er sagt, er tut sogar nicht mehr daran erinnern, an die Sünden, die wir gemacht haben. Gott selber sagt das. Ich erinnere mich nicht mehr an eure Sünden. Kannst du dir mal vorstellen, das bringen wir Menschen nicht hin. Für das braucht es Gott, dass er sich nicht mehr erinnert. Das himmlische Strafregister ist sauber, nichts mehr. Ich möchte das hier auch so, aber erst nach zehn Jahren wird das Zeug gelöst. Geht hier ein bisschen länger. Der Himmel ist eben schneller für solche Zeugen. Und dann ist es ausradiert und sauber. Das heisst hier, dass wir den Menschen vergeben. Jedem vergeben. Und das ist so befreiend, dass du vergeben kannst. Und du kannst sagen, ja, ja, das ist gut so. Das ist befreiendes Leben. Und das Nächste ist, angeklagt. Manchmal klagen wir uns selber an und sagen, ja, das habe ich wieder nicht gut und das habe ich wieder nicht gut gemacht. Schau, es gibt noch dazu auch eine Bibelstelle. Und Gott tut uns dort eigentlich befreien. Es heisst ja im Römer 5 Vers 9 Wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt? Wir werden gerechtfertigt durch sein Blut. Als ob man nie hätte eine Sünde gemacht. Gerechtfertigt. Und schau, das kann nur Gott uns recht sprechen. Vielleicht ist dir Ungerechtigkeit wieder erfahren. Aber Jesus sagt, schau, ich gerechtfertige dich. Und manchmal ist jemand wütig und sagt, den möchte ich noch. Aber schau, Gott ist auch wütig über Sünde. Und jetzt sagt er, sein Blut tut uns wie bedecken an diesem Tag vom Gericht. Es ist noch ein bisschen schwierig. Es sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber ich zeige es jetzt trotzdem einmal. Schau, es ist so, das Blut von Jesus tut uns wie bedecken. Vor allem, wenn Gott uns zur Ordnung will, anschauen. Ja, man sieht es halt ein bisschen speziell. Okay, ein bisschen speziell aus. Ah, merci. Jetzt kommt es gut. Jetzt sieht uns durch das Blut von Jesus als rein und als heilig. Wir sind wie gerechtfertigt, ohne Fehler. Es wird ein bisschen warm darunter. Könnt ihr das Bild vorstellen? Hä? Also, Gott sieht uns völlig rein und heilig und gerecht gesprochen. Das ist doch ein riesiges Geschenk. Und das Nächste ist unfähig. Schau, manchmal hast du das Gefühl, ich bin doch der Letzte auf Erdbote. Das ist nichts Gutes. Der Find will uns ja anklagen. Er hat gesagt, das ist noch nicht gut und das ist nicht gut. Denn der Find hat keine Freude mehr. Und sobald du Freude am Leben hast, sagt er, dann beschäftigen wir uns mit Sachen, damit er keine Freude mehr im Leben hat. Dann müsst ihr manchmal sagen, Shut up! Schwüge mal! Weil ich bin ein Kind von Gott, er liebt mich, er hat mich angenommen, er hat mich fähig gemacht und durch ihn schaffe ich das. Und darum nur ein Tropfen des Bluts von Jesus reicht, damit wir fähig sind. Stell dir das mal vor, wenn wir das begreifen, dass wir erlöst sind, gereinigt, vergeben, gerechtfertigt und fähig. Was für ein immenses Geschenk ist doch das! Und schau, wir haben jetzt bei im Himmel einen, einen Vermittler, der permanent für uns betet. Jesus im Himmel ist ständig für dich am Beten. Er hat dich schon mal erlöst, er hat dich gereinigt, vergeben, gerechtfertigt und fähig gemacht, aber jetzt betet er für dich und sagt, hey, du bist völlig erlöst und frei und jetzt bete ich für dich, dass du das morgen leben kannst, druckfrei mit deinem Jesus in deiner Bestimmung, Freude am Leben, mit Gott unterwegs und es ist wie gut. Das ist Bestimmung und für das ist Jesus ständig am Fürbitt tun oder gereinigt. Und wenn du wieder einen Fehler machst, sagt Jesus, komm, das tun wir schnell erledigen, komm, bitte um Vergebung und wir gehen fröhlich weiter, weil Jesus hat vergeben. Und dadurch werden wir immer reiner, immer reiner und Jesus betet, dass wir den Mist nicht noch einmal machen. Verstehst du das? Oder dann, vergeben. Vielleicht hast du schon morgen die Möglichkeit zu vergeben. Dann denkst du, ohhhh, die andere Kollegin ist jetzt wirklich über die Karate fahren. Ich kann sagen, das tun wir, wie der Roger Federer. Der bellt das Bälle gegen auf die andere Seite und gegen den Winter. Verstehst du, wie wir so schnell sein beim Vergeben müssen? Schnell das Bälle auf die andere Seite, sofort wieder vergeben, dann sind wir frei. An das Zeug mittragisch. Das ist wie wenn du selber Gift trinken und hoffen, der andere stirbt. Aber dann sagst du, nein, hör ein Gift trinken. Dann bin ich frei und der ist auch frei. Und jemandem etwas nach tragen ist mühsam. Oder nachher gerechtfertigt. Vielleicht behandelt sich jemand morgen ungerecht. Aber weisst du, Jesus ist schon hergestanden und sagte, für dich habe ich das gezahlt. Es ist erledigt. Tue es nicht so tragisch nehmen. Und wenn du unfähig fühlst, Jesus macht dich fähig. Schau, es war der Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann ist er auferstanden. Er ist mit dem Blut, den er vergossen hat. Er ist nachher hochgekommen an den Thron Gottes zu seinem Vater und sagte, Vater, reicht das Blut, um die ganze Menschheit zu lösen und zu befreien. Und der Vater hat nachher geschaut und gesagt, ja. Jeder, der Jesus in sein Leben einladet und in dem lebt, reicht das Blut von Jesus. Und jetzt ist Jesus zur Rechten des Vaters und zwischendrin ist das Blut. Und wenn du immer einen Fehler machst, sagt Jesus, schau, mein Blut hat für diesen gelangt. Das heisst nicht, dass wir weiter darauf losleben, wie wir eigentlich möchten. Sondern Jesus tut dafür, dass wir auf diesem Level leben. Und weisst du, das Abendmahl zu nehmen, ist nicht zu unterschätzen. Einmal mit jemandem im Gerät von unserer Kirche, die in so einem esoterischen Hotel arbeitet. Und dann hat sie gesagt, manchmal spürst du das so drück, manchmal ist es so schwierig. Dann hat sie Jesus gefragt, was soll ich das machen? Dann hat Jesus gesagt, du mal in der Mittagspause, wenn niemand da ist, das Abendmahl nehmen. Dann hat sie ihr im Büro das Abendmahl genommen. Und dann hat sie gesagt, in dem Moment, als sie diesen Schluck Traubensaft genommen hat, hat sie gemacht, wuff! Wow, jetzt ist alles frei. Als die Kollegin nachher kam, sagte sie, was hast du da hinten gemacht? Vorher war mir gegen einer im Ecken gesessen und war mühsam und Druck und schwierig in diesem Büro. Und jetzt merke ich, das ist ja ganz frei. Und jetzt hat sie angefangen, jeden Mittag, das Abendmahl zu nehmen. Und sie sieht, jetzt habe ich x esoterische Kurs gar nicht mehr stattgefunden. Und dafür kann ich Christen rein auf ihren Kurs halten. Und schau, seit Jahren nimmt meine Frau und ich das Abendmahl jeden Morgen. Warum? Weil ich will erlöst leben. Ich will gereinigt leben. Ich will vergeben. Ich will gerechtfertigt und feig sein. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann bekennen wir, wir leben auf diesem Level. Auf einem anderen Level. Wir sind eine Bestimmung von Gott. Befreit, erlöst, erinnern sein Blut. Und es ist eine andere Qualität von Leben. Wirklicher Freiheit von diesem Christus zu leben. Weil er hat es vollbracht, als er am Kreuz ist gestorben. Ich bin so begeistert, diesem Jesus könnte ich einen Applaus geben. Applaus Und jetzt möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut für uns gelassen hast, damit wir befreit sein können. Und zwar total! Es ist nicht eine halbe Sache. Du hilfst uns, erlöst zu leben, befreit zu leben, gereinigt zu leben. Du hilfst uns, fein zu leben. Weil du hast es von uns verbracht, was wir selbst nie geschafft hätten. Aber dir ist alle Ehre. Und ich bitte dir, dass du mit deinem Segen auf jeden Einzelnen kommst. Im Namen Jesu. Amen.